Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir spielen heute die XMG auf Gold. Wir haben einen Blueprint dafür, das ist ganz angenehm. Heißt, wir haben schon ein paar Aufsätze von Anfang an. Ich habe noch keinen Kill mit dieser Waffe gemacht. Wir spielen die Waffe heute komplett auf Gold. Oder was heißt heute? In diesem Video. Ich glaube, wir machen einen ganz klassischen auf dieser Map vor allen Dingen. Wir gehen nach hier hinten und fahren hier hinten ein paar Hitshots weg. So gut wie es geht. Wie war das kein Headshot? Man muss schon sagen, das Ding hämmert schon rein. Das macht schon gut Schaden. Im Gegensatz zur C9 macht das Ding gut Schaden. Aber es ist halt so langsam. Ab geht's. Ich glaube, das war der erste Headshot, oder? Crazy. Okay. Ich glaube, die Waffe wird nicht Granit-Tarnung. Yeah. Ich glaube, fünf Headshots sind das, oder? Ich glaube, die Waffe... Die wird halt anders zu spielen, aber nicht so mega anstrengend. Boah, ist diese Waffe hässlich, ey. Also jetzt mal ganz ehrlich. Die ist doch wirklich nicht hübsch. Ist die auch so fett, ey. Ich sehe halt nicht. Oh Mann. Waldtarnung. Geil. Zehn Headshots. Ja, Headshot wenigstens mitgenommen. Okay, jetzt sieht meine Waffe schon fresh aus, oder? Ich meine, sie macht sich langsam. Mit dem Camo und dann mit dem Blau-Metallic so. Ey. 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 Oh mein Gott. Schön die Headshots mitgenommen. Indem ich die Waffe dann so richtig schön abgelegt habe. Wie war das kein Headshot? Ah. Ich weiß nicht, ob das noch eine gute Entscheidung war, mit dem... Die XMG... XMG zu spielen? Oh, wie heißt das Ding? Oh. Oh, diese Waffe macht mich fettig. Oh, gib noch den Free Headshot. Was soll das? Fühl. Ananas 10. Ananas minus 10 von 10. Und mit dem Kopfschuss. OBS hat sich komplett aufgehangen. OBS, Black Ops, alles. Ich muss da einmal neu starten. Schade, wir haben irgendeinen Erfolg freigeschaltet. Das ist so Pain. Ich kriege pro Runde zwei, drei Headshots mit dieser Waffe. Das ist echt krass. Hatte ich nicht das Visier abgenommen? Warum habe ich das immer noch drauf die ganze Zeit? Man kriegt mit dieser Waffe keine Headshots. Das ist so schwierig. So, dann probieren wir das Ganze mal ohne Visier. Vielleicht gefällt mir das besser, weil irgendwie mit dem Visier... Diese Waffe braucht halt so lange zum Schießen. Oh. Das macht sie so anstrengend. Oh, man kommt da oben rauf? Das wusste ich nicht. Wo willst du hin? Oh, er ist aber weggekommen. Was? Ist jemand vor mich gelaufen? Oh mein Gott. Ich habe das Gefühl, ohne dieses Reflex Visier läuft es besser. Mit den Kopfschützen. Okay. Chillig. Moos-Tarnung. Geil. Okay. Okay. Wo ist er? Oh, man sieht ihn nicht. Was? Diese Waffe macht keine Headshots. Diese Waffe macht keine Headshots. Wirklich. Man muss so drauf tryharden Headshots zu machen. Das ist noch schlimmer als bei allen anderen Waffen. Okay. Okay. Oh, Saboteur-Tarnung, okay. Okay, aber Hauptsache Kopfschuss, ey. Nein. Ey, aber zwei Headshots, geil. Ja, eigentlich, ey, wir machen nichts anderes als die Tage auch vorher. Wir grinden die Headshots, wir wollen die Waffen alle hochleveln. Spiel mal einen anderen Operator. Sehr nice, Kopfschuss. Spiel mal wieder mit der C9, auf gar keinen Fall mal ruhig. Auf gar keinen Fall mal ruhig. Finde Molly irgendwie nicht so geil. Nice. Ah, ich wollte gerade weg und nicht aufhören zu campen, wirklich. Ich wollte gerade weg. Benutze Erzengel. Warte, es gibt einen Temposchub damit? Loi, warte, das muss ich jetzt erstmal ausprobieren. Was können die verschiedenen Operator? Gar nichts, die sind nur kosmetisch und durch das, was sie halt sagen. Warte, Temposchub. Wow. Okay, ein Kill. Ja, die Operator sind nur kosmetisch. Ich spiel jetzt halt Brutus. Also nicht wundern, wenn ich spiele wie ein Arsch oder wie jemand, über den man sich aufregen könnte. Ich versuche halt auf Krampf die Headshots durchzugrinden. Deswegen wird mein Aim teilweise auch, kann man sich denken, wo schießt der Junge hin? Ich versuche auf Kopf zu schießen. Wie war das kein Headshot? Wir nehmen Alpha 1. Ich bin der irgendwas. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich finde Klaus cooler. Der hat so eine freundlichere Stimme. Das allein, dass man, dass man Diven kann. Guck mal, dass du Diven kannst und dich dann nach hinten drehen kannst. Das ist, das ist crazy. Das gab es noch nie in COD. Wenn du gedivet bist früher, so, dann konntest du höchstens noch so machen. Dann warst du erst mal aufgeschmissen. Oder dass du, egal wo du liegst, auch wenn du hier liegst, dich ohne Probleme um 360 Grad drehen kannst, weil dein Körper sich halt so dementsprechend anpasst. Der redet mir ein bisschen zu aggressiv. Weil ich spiele, ich bin hier um Leute abzuschießen, um nicht um böse zu sein. Man muss aber auch sagen, mit so einer dicken, mit so einem dicken MG ist natürlich dieses hoch angepriesene Omnimovement, äh, trotzdem ein bisschen schwierig. Sehr gut. Drei Headshots nur. Boah, das wird mit der Waffe so ewig dauern. Das war so eklig. Aber den Headshot nehme ich mit. Nice, schon den Headshot mitgenommen. Ich glaube, im Video ist das so absurd, weil ich immer nur sage, boah, Headshot mitgenommen, chillig. Weil doch nur die Headshots drin sind. Die anderen Kills alle, die sieht man ja immer gar nicht. Gib mir doch den Headshot, bitte. Ey, ich habe einen Molotow-Kill gemacht. Ich glaube, die werden auch richtig schwer, wenn wir alle Molotow-Kills hochspielen, damit wir die Medaillen bekommen. Die sieht man so schlecht. Im Wasser, finde ich, die Gegner. Oh mein Gott, ich war so gestunt. Oh mein Gott. So mit seiner eigenen Nate geholt. Heiße Kartoffel, zurück an den Absender. So geil. Oh ja, ich liebe solche Sachen. Das sind die Kleinigkeiten. Die Kleinigkeiten, über die man sich freut. So mit seiner eigenen Nate gewummst. One 360 No-Scope. Gibt es ja auch eine Medaille für. Echt? Bro, wir spielen 100%. Heißt, 360 No-Scope und sowas. Das müssen wir auch irgendwann alles machen. Das müssen wir alles machen. Ich versuche auch alle Wild-Kills und so. Ich versuche wirklich das Spiel zu 100%. Das wird so crazy. Boah. Crazy. Geil. Den Cash. Boah, er macht einen Quad. Holy shit. Er macht einen Quad-Camp mit dem scheiß Granatwerfer. Endlich neues Revisier. Reflex. Und Red Card. Geile Karte. Okay. Wen ich immer mochte, wenn man jetzt mal von den Nicht-Pay-to-Win-Skins ausgeht. War auch bei Cold War Stone. Den finde ich so cool. Dieser, ganz einfach mit seiner Sturmhaube auf. Ich fand Skins mit einfachen Sturmhauben schon immer irgendwie cool. Für so. Wow. Headshot wenigstens mitgenommen. Ey. Ich meine, Welle 49 ist schon gut. Ich habe noch nie, ich glaube, höher als Welle 30 geschafft bei Zombies. Ich bin da echt nicht so der Profi. Aber es soll noch kommen. Wir werden auch noch in den Zombie reingehen. Wie war das denn ein Headshot? Bild ich mir das ein, dass ich mit der Öffel keinen Aim habe? Oder habe ich generell einfach keinen Aim? Du hast generell keinen Aim. Ah, danke. Chillig. Boah, wie sieht die Wand hier aus? Was ist das denn? Was ist denn mit der Wand passiert? Alter Schwede. Oh, wie viel bewegt ich mal mit der Pistole ist. Das sieht zwar nicht so aus, aber es ist echt so. Boah, ich fühle mich so schwergängig. Ich fühle mich wirklich so, als wäre ich Brutus. Okay. Ich glaube, er wusste auch erstmal nicht mit Schießen. Kann man nur mit Secondary schießen? Die Stellung wurde gesichert. Ja. Man kann nur mit Secondary unter Wasser schießen. Das ist voll OP, weil Leute springen rein, haben ihre normale Waffe in der Hand und können erstmal nicht schießen. Die Stellung erobert. Der war schön. So krass mit dem schnellen Magazin, was ich jetzt drauf habe. Da sind nur 50 Schuss drin. Aber dafür lade ich halt so viel schneller nach. Aber ist ein bisschen ungewohnt, jetzt wieder so wenig Schuss drin zu haben. Boah, er ist so dumm gelaufen. Ich konnte ihn nicht sehen im Visier. Habt ihr das gesehen? Das war ja verrückt. Kostet das Stück 15 irgendwas? 25 irgendwas? Wie ist der Preis? Melone 25 Cent das Stück? Welche Währung ist das? Karotte-Botte. FRS. Was ist das für eine Währung? 0,25. So, bekommen. PPK, wer hat ein Boot mal für Skyline? Skyline, 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 Skyline. Skyline. okay, wenn die ganze Zeit nur gelurkt wird. Wirklich, weil es ist nun mal so, dass bei den meisten Gaming-Streams einfach mehr Leute im Lurk dabei sind. Nein! Genau das ist es mit der scheiß MG. Du kannst auf Close-Range nichts machen, weil du sobald du aus dem Scope rausgehst, geht alles daneben. Wisst ihr, was ich kacke finde? Dass man als dass man als HRZ nicht irgendwann nochmal Armor bekommt. Dass man sich zum Beispiel, ich finde, man sollte durch, als HRZ durch diese Sturmpakete, die man am Boden so mitnehmen kann, wo man auch Granaten und so mal bekommt, auch neue Armor bekommt. Auch nur eine Plate, ist ja okay. Aber ich finde, man sollte Plates bekommen. weil wenn die drei erstmal weg sind, oder zwei die du hast, dann sind die halt weg. Leute, look at this. Wir haben die Gezeiten-Tarnung. Eis, uns fehlen noch genau 25 Headshots. Oh. Long way to go. Ne, wir sind kurz davor, die die Splittergranate Gold zu machen. Dann lass doch lieber die Splittergranate benutzen. Hauptsache den Kopfschuss. Hauptsache den Kopfschuss. Re-Headshot. Geil. Ne, das Magazin gefällt mir nicht. Irgendwie nur 50 Schuss drin. Dafür lädst du aber immer noch super langsam nach. Denn lieber ein bisschen mehr Schuss und du lädst eh schon extrem langsam nach. Dann kann man auch richtig langsam nachladen. Versteht ihr, was ich meine? Bro, auf Close Range. Auf Close Range ist sie ja ein Traum. Das ist die traumhafteste Close Range-Waffe, die es überhaupt gibt. Ich kriege eins zu viel. Wirklich. Ich verstehe nicht, warum man manchmal nur ein Erzengel hat und manchmal zwei Schüsse mit dem Erzengel. Womit hängt das zusammen? Ich finde, das ist eine super krasse, krass gute Eigenschaft. Die Pistole ist wirklich so viel geiler. Ja, die Pistole ist so viel geiler. Oh Mann. Was gibt es denn da? Oh. Oh Leute, guck mal. Ich gebe mal, wir sind ein Spieß. Kartoffeln in der Heißluftfritteuse. Holy Shit. Isch mal. Ne, ich möchte gar keine. Aber sie sehen geil aus. Schöne ich den kleinen? Ich habe einen kleinen. Ah, einen kleinen, einen kleinen. Er starb. Geil. Geil. Ich bin mir nur gelaschert, weil sie weiß, dass es nicht wahr ist. Ha. Da habt ihr der eindeutige Beweis. Ich will dich morgen halb vier aufstehen. Boah. Du armer. Ich meine, diese Effekte hier unten, dass die Kugeln so eine Schüsse machen, ist schon chillig. Aber direkt für 20 Euro sich so ein Pack holen, der Finisher ist auch nicht geil. Ist halt so ein Standi-Finisher. Ist zu viel Geld. Ja, absolut. Hä? Bro, ich check nix. Easy. Ich check doch was. Feinde haben die Stellung. Stellung ist aktiv. Eindliche Konterdrohne in der Luft. Stellung wurde gesichert. Feinde entvisiert. Das ist die Fernsehengladung 1. Noch eine Konterdrohne in der Luft. Nicht wirklich für den Hintergrund. Genau. Für den Hintergrund ist das halt echt nicht so passende Musik. Bro, for real mit dem Laser. Das ist übel cool. Mit dem Laser. Ähm. Das Lied war schon, ich sag mal, so gut genug, wie es war. Ich find der 2-Drop hat's Wow, chillig. Hat's eher so ein bisschen versaut. Wie viel fehlt uns? Okay, uns fehlen 6 Headshots. Danach 5 mal 2 Abschüsse ohne den Finger vom Abzug zu nehmen. Kein Problem. Da packen wir uns einfach gleich ein dickes Magazin rauf und 50 Abschüsse aus der Bewegung. Okay. Nicht so schwer. Wir machen uns das dicke Magazin wieder rauf. Die Magazinerweiterung. Da haben wir 200 Schuss. Und dann drücken wir einfach mal durch. Okay, ich zähl runter bei den Headshots. Ja, ich zähl runter. 6. War das ein Kill? Kann es sein, dass wenn man beim Erzengel stirbt, dass man dann keinen zweiten Dings hat? 5. 3 von 10 geben. Dem anderen 4. 3. 3. 2. 2. Hä? War es das schon? Oh, wir haben es schon. Ich habe mich verzählt. Okay. Ey, auch cool. Okay, jetzt Killz. Ich hatte es. Was ist das? Jetzt Killz im Dauerfeuer. Heißt, einfach durchgehend weiter den Schießknopf drücken. Und beim Bewegen. Ich muss mich bewegen. Nicht liegen. Das sollte easy sein. Das geht aber. Ja, und dann kommt noch die Gold-Challenge. Ich glaube, das sind Doppelabschüsse. Obwohl, das jetzt bei den MPs und bei den Sturmgewehren war das eine andere Challenge als die, die wir jetzt bei den MGs haben. Also kann es auch gut sein, dass die Gold-Challenge auch eine andere ist. Das schauen wir jetzt mal. Also, die wir haben die roten Tigerstreifen. Genau, wir müssen jetzt hier 50 Abschüsse in Bewegung. und 5 Abschüsse sogar nur ohne den Finger vom Abzug zu nehmen. Das geht. Das ist ja super easy. Da war das andere eben deutlich geiler. Okay. Das waren 2. Das waren auch 2. Ich habe den Abzug durchgedrückt. Ey, zählt auch. Zählt auch. Doch, dieses Gesang, da gibt es nur Estet-Tracks. Boah, geiler Napalm. Chillig. Okay, ein Kill gemacht. Schön weiter durchdrücken. Immer weiter durchdrücken. Schade. So, aber ich finde gerade genau solche Challenges richtig gut, wo man mal ein bisschen anders spielen muss und so ein bisschen wirklich eine Challenge hat. Diese anderen Sachen wie Doppelabschüsse und so, die macht man, da kann man nicht so gezielt drauf gehen. Dieses hier, so mal, ich sag mal, im Dauerfeuer bleiben. Ist schon witzig, weil es mal was anderes ist. Ich muss auch sagen, diese Challenges jetzt bei der, äh, bei dem XMG gefallen mir so viel besser als die Headshots. Wirklich. Es macht so viel mehr Spaß auf diese Challenges jetzt zu gehen, als, auch mit einem vernünftigen Visier jetzt, auch mit einem Reflexvisier, als diese Headshots. Diese Headshots haben einfach mit der Waffe keinen Spaß gemacht. Scheiße, ich darf nicht absetzen. Ich muss weiterschießen. Komm. Ja. Habe ich es damit? Habe ich es damit? Die Bus-Tarnung. Chillig. Okay. Jetzt nur noch Abschüsse beim Bewegen. Also einfach nur noch zocken. Ich muss einfach in Bewegung bleiben. Mit den 200 Schuss im Magazin kann man doch einfach durchballern. So, gezwungenermaßen ein bisschen in Bewegung zu bleiben, was auch ein bisschen anstrengend. Nicht groß nachdenken, was ich höre. Dann höre ich so Drift-Funk oder irgendeine Art irgendeine Form. Okay. Okay. Wir haben die die Bus-Tarnung. Fehlen uns jetzt nur noch die oh, nur noch neun Abschüsse, die in Bewegung sind und dann Doppelabschüsse. Schade. Ja, wir haben die Tarnung freigeschaltet. Okay, jetzt nur noch Doppelabschüsse. Doppelabschüsse. Was macht er da? Er chillt richtig. Richtig am Abchillen ist er. Okay, auch ein Double-Kill. Hat ganz schön lange gebraucht, bis ich wieder einen hatte. Oh mein Gott. Musst du richtig tryharden mit Double-Kills. Er denkt auch, er ist James Bond. Oh, noch ein Double-Kill. Von Geld zu ähm zu Spaß. Oh mein Gott. So tryharden für den Doppelabschuss. Oh, hab ich den gebums. Mit meiner Nade. Schade. Die Arsch. Aber er schaltet irgendwie nicht zurück. War das der gleiche? Ist der einmal rumgelaufen? War das eklig, ey. Zählt das als Double-Kill? Ja. Boah, chillig. Das war nicht mal mit Absicht. Ja, noch ein Double-Abschuss. Das danach war nicht so schön, aber egal. Wie heißt er? Omas Liebling. Oh mein Gott, bist du cool. Oh mein Gott. Omas Liebling. Wir sind so weggeschallert. Omas Liebling. Er steht da mit dem Baseballschläger wirklich in der Ecke. Sieben Doppelabschüsse. Sieben Doppelabschüsse. Dann haben wir es geschafft. Er checkt nicht, dass das HRZ ist oder wollte er einfach nur chillen? Was war das? Ich bin das HRZ. Chillig. Aber wir haben es immer noch nicht geschafft, die Runde. Wir kriegen aber keine Doppelabschüsse mehr hin. Das ist so krass. Die Runden vorher, die ganze Zeit, aber sobald es darauf ankommt, ich weiß nicht, ob das Game mich da auch nochmal testen will. In dem... Was passiert hier? Ich sehe nichts. Ich bin total blind. Ich will es doch einfach nur schaffen. Ich glaube, einen Doppelabschuss haben wir noch. Ich bin mir nicht ganz genau sicher. Oder haben wir es zufällig schon geschafft und ich habe es nicht gesehen. Okay, das war noch ein Doppelabschuss. Das ist... das XMG in Gold. Finally. Ey, wie findet ihr es? Das war eine der schlimmsten Waffen, um sie auf Gold zu spielen. Wirklich. Sieht ein bisschen aus wie so eine M4, ne? Ist halt ganz schlicht. Ist halt nicht so meine Waffe, aber ich finde trotzdem Gold... Es glänzt halt. Es glänzt halt. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns hoffentlich bei der nächsten Waffe, die wir Gold spielen. Wenn ihr gerne mehr von sowas sehen wollt, schaut gerne bei mir auf Twitch vorbei. Da bin ich immer live, um sowas zu machen oder um auch andere Dinge zu machen. Schaut gerne bei meinem WhatsApp-Kanal vorbei und vielen Dank fürs Zusehen. Leute, wenn ihr bis hierhin zugesehen habt, dann seid ihr cool. Vielen Dank, fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.